Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um Photoshop und genauer gesagt um den Matteffekt und wie man den erzielt, das möchte ich dir jetzt in diesem Video mal zeigen. Viel Spaß damit. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich dir ganz kurz noch sagen, dass du dich auf jeden Fall in meinen kostenlosen Newsletter eintragen solltest, denn du bekommst zum Beispiel immer mal wieder eine RAW-Datei zum Mitarbeiten dazu, wie auch in diesem Fall. Also alle, die in dem Newsletter drin sind, haben jetzt gerade eine RAW-Datei von mir zugeschickt bekommen, nämlich genau die, die jetzt hier gerade zu sehen ist. Und dann kannst du ganz easy hier einfach immer direkt mitarbeiten. Ein weiterer Vorteil ist, du kriegst auch noch einen Gratis-Auszug aus meinem neuen Videotraining Cityscape Masterclass aus Dubai. Da kannst du auf jeden Fall auch mal reinschauen und wenn das Ganze was für dich ist, dann kannst du das auch in meinem Store käuflich erwerben. Und jetzt würde ich sagen, genug Werbung gemacht, lass uns mit dem Tutorial starten, dem Matteffekt. Ich habe hier ein Bild vor mir, ja, ich war im Wald und habe den Sonnenuntergang fotografiert. Ich fand es extrem cool, dieses Szenario, wie hier die Sonne durch die Bäume durchscheint, mit diesen ganzen Lichtstrahlen, die man hier sieht. Fand ich extrem cool, aber ich finde, irgendwie fehlt dem Bild noch ein gewisser Look. Das sieht noch zu sehr normal aus und ja, zu sehr geknipst irgendwie noch. Und ich finde, dass hier ein kleiner Matteffekt das Ganze wesentlich noch verbessern könnte. Und wie funktioniert dieser Matteffekt jetzt eigentlich? Total einfach. Ich möchte es dir jetzt mal kurz zeigen. Ich brauche einfach nur eine Korrekturebene. Die findest du hier in dieser Korrekturenpalette. Und das ist die Gradationskurve. Mit einem Klick hier drauf kriegen wir hier eine neue Einstellungsebene. Und hier öffnet sich der Dialog dazu, den wir brauchen. Und das ist die Gradationskurve. Du siehst jetzt hier auf der linken Seite die Schwarzwerte, auf der rechten Seite sind die Weißwerte. Wenn du dich mit Gradationskurven noch gar nicht auskennst, dazu gibt es auch schon ein Video von mir auf meinem Kanal. Da solltest du auf jeden Fall mal reinschauen. Da führe ich dich so ein bisschen ein in die Gradationskurven. Jetzt hier soll es tatsächlich erst mal nur um den Effekt gehen. Und deswegen schau dir das einfach nochmal genauer an. Der Matteffekt zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Schwarzwerte einfach aufgehellt werden. Und das kann ich hier ja ganz einfach tun in dieser Gradationskurve, indem ich jetzt hier diesen linken Ankerpunkt einfach mal anfasse und dann nach oben ziehe. Und dann siehst du ja auch schon, wie das Ganze hier extrem aufgehellt wird von den Schwarzwerten. Ich kann das hier natürlich komplett übertreiben. Irgendwann ist das Bild halt komplett weiß. Aber das will ich natürlich nicht, sondern das Ganze hier soll schon in Maßen passieren. Und ich denke mal, dass ich hier in meinem ersten Quadranten ungefähr so ein Drittel das Ganze hochziehe. So gefällt mir das schon ganz gut. Natürlich wird jetzt hier nicht nur der Schwarzwert oder die Schwarzwerte, wenn ich nur hier angefasst, sondern hier wird wirklich die komplette Kurve nach oben gezogen. Das möchte ich natürlich nicht. Dementsprechend werde ich jetzt hier noch so ein paar Ankerpunkte setzen und das Ganze jetzt hier wieder so ein bisschen auf die normale Ebene zurückbringen. Ich setze hier einfach mal drei Punkte und so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach, um den Kontrast noch so ein bisschen zu erhöhen, diesen Punkt noch so ein bisschen nach unten ziehen, einfach um hier die Tiefen noch so ein bisschen dunkler zu machen. Und dadurch kriegt das Bild wieder so ein bisschen mehr Kontrast, was mir ganz gut gefällt. So gefällt mir das, denke ich, schon ganz gut. Man kann jetzt hier einfach noch so ein bisschen rumspielen, wie man das gerne möchte. Vielleicht ziehe ich das Ganze hier sogar noch ein Stück höher, weil der Effekt hier extrem gut passt in diesem Bild. Und ja, im Endeffekt viel mehr ist es nicht. Wir haben jetzt hier einfach die Schwarzwerte extrem aufgehellt, so ein bisschen Kontrast in den Tiefen wieder mit reingebaut. Und wenn man das möchte, dann kann man sogar hier noch die Weißwerte so ein bisschen abdunkeln und die Lichter so ein bisschen noch nach oben ziehen. Und dann hat man hier so eine richtig schöne S-Kurve. Und das gefällt mir so schon sehr, sehr gut. Ja, viel mehr ist es eigentlich gar nicht. Jetzt kann man schon fast sagen, dass dieser Effekt so, wie er ist, schon gut aussieht. Jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp. Wenn du tatsächlich nur im RGB-Modus arbeitest, das heißt also auch wirklich nur die Helligkeitswerte des Bildes veränderst, dann lohnt es sich mal zu gucken, ob dann der Ebenenmodus Luminanz nicht tatsächlich der bessere ist. Denn dann veränderst du wirklich auch nur die Helligkeiten des Bildes und nicht etwa die Farbwerte. Das sieht jetzt hier in dem Fall sogar ein bisschen komisch aus, weil es einfach viel zu übersättigt ist, das Ganze. Deswegen stelle ich das Ganze wieder auf normal, weil mir der Look einfach besser gefällt. Aber in anderen Bildern funktioniert das tatsächlich deutlich besser, wenn du hier auf dem Ebenenmodus Luminanz dann arbeitest, wenn du tatsächlich nur die Helligkeitswerte des Bildes verändern möchtest. Wenn ich jetzt hier noch einen Farblook mit dazugeben möchte, dann solltest du das Ganze natürlich auf jeden Fall auf normal stehen lassen. Und das werde ich jetzt hier auch einfach mal tun. Ich gehe jetzt hier einfach mal in die einzelnen Farbkanäle noch rein und werde das Ganze noch so ein bisschen verändern. Ich möchte das Ganze noch so ein bisschen wärmer gestalten und dafür gehe ich jetzt einfach erstmal in den Rotkanal rein und werde hier einfach mal das Ganze noch so ein ganz bisschen anheben. Nicht viel, aber einfach, um hier noch so ein bisschen mehr Orange aus der Sonne herauszukitzeln. Und genauso kann man jetzt hier noch in die Blauwerte so ein bisschen reingehen und hier noch so ein ganz bisschen das Blau rausnehmen. Denn wenn man Blau rausnimmt, dann kommt die Komplementärfarbe zum Vorschein und das ist Gelb bzw. Orange. Gefällt mir so jetzt schon richtig, richtig gut. Und wenn wir jetzt hier mal den Vorher-Nachher-Vergleich ziehen, vorher, nachher, so sieht das Ganze mit dem Matteffekt aus. So sieht es vorher ohne aus. Relativ standardmäßiges Foto und so ist halt ein richtig schöner Look da mit drauf. Jetzt ist natürlich ein bisschen wenig Kontrast vorhanden. Das heißt, man kann jetzt hier einfach auch nochmal eine weitere Einstellungsebene hinzufügen, nämlich Helligkeit und Kontrast. Und jetzt werde ich hier einfach mal noch so ein bisschen Kontrast wieder ins Bild mit dazugeben, damit das Ganze einfach wieder so ein bisschen mehr Pop hat. Wenn ich jetzt hier nochmal Vorher-Nachher mache, Vorher-Nachher, Vorher-Nachher. Gefällt mir richtig gut jetzt das Bild. Jetzt hat es einen richtig schönen Look und ich denke, so kann man das Ganze lassen. Wenn dir das Video geholfen hat, dann gib dem Ganzen auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, kommentiere wie immer unten in der Kommentarfunktion und teile das Video auf jeden Fall auch mit deinen Freunden, wenn du denkst, dass sie es sehen müssen. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auf jeden Fall auch den Kanal und drück auf die Glocke, denn dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr von mir. YouTube hat ja immer mal wieder ein bisschen was geändert an dem Algorithmus und die sicherste Variante, um kein Video mehr zu verpassen, ist die Glocke zu drücken, denn dann bekommst du immer eine Push-Benachrichtigung, wenn ein neues Video erscheint. Also viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.